Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier unseren schönen Wachtturm fertig gebaut. Und ich würde sagen, wenn wir... Also ich hatte ja jetzt vor mit euch eine kleine Reise zu machen. Eine paarvölkige Reise. Natürlich diesmal ohne Zwischenstopp. Und ich spiele auch jetzt endlich. Ich habe es jetzt endlich gepackt, irgendwie hier die Grafik hochzutacken. Ich spiele jetzt endlich auf High. Ihr seht schon, bessere Render Distance. Ich hoffe, Minecraft verabschiedet sich nicht, weil ich habe jetzt noch dauerhaft 49 FPS. Und ja, also nicht immer 49 FPS. Nur meistens, wenn viele Chunks geladen werden müssen. Aber ich glaube, in der Aufnahme ist das okay. Und ich meine, High Quality sieht ja auch viel besser aus wie Low Quality. Ja, also ich würde sagen, wir treffen erstmal in dieser Folge die Vorbereitungen. Ob es in dieser Folge schon losgeht, weiß ich noch nicht, weil diese Folge darf nicht zu lange gehen, weil ich heute noch ein Video hochladen möchte. Und ja. Mir ist aufgefallen, OBS macht gerade mal die Hälfte kleiner wie Loilo, weil ich ja in hoher Qualität aufnehme. Weil, ich meine, wenn ihr wollt, dass drei Videos am Tag kommen, ja gut, dann ist nur 480p. Aber 480p ist voll scheiße und das wissen wir alle. Und wir sagen, wir sortieren erstmal ein bisschen aus. Die Leitern brauchen wir nicht. Oder doch, Leitern kann man immer gebrauchen. Äh, das da brauchen wir nicht. Das auch nicht. Die Eisenschaufel nehmen wir uns mit. So, das Weizen. Da machen wir uns jetzt noch ein bisschen Brötle draus. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal gucken, was wir alles hier noch so zu ernten haben in unserer schönen, 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 schönen Welt. Und ich habe auch ein bisschen Bassverstärkung eingestellt bei meinem Programm. Ich hoffe, man hört es etwas. Ja. Okay. Äh, mir fällt gerade schon nichts ein. Alter, man, diese Grafik ist ja zu geil. Alter, Junge. Hammer. Geil hier, Digga. FPS habe ich denn jetzt noch. 66. Ach, das ist ja noch High-Quality FPS. High-End-Gamer FPS. Na gut, ich halte mein Maul. Okay. Manche wissen ja eh besser. Ja. Gut, ich sage jetzt nichts dazu. Ähm, ich weiß eh nicht, was ich immer hier babble. Und den Bogen lassen wir auch hier, würde ich sagen. Die Spitzhacke, da, da können wir... Ah ja, müssen wir noch ein bisschen was bauen. Äh, neun Bruchsteine. Mal gucken, wo wir noch Bruchsteine haben. Da mache ich nämlich noch ein paar Ersatzdinger. Äh. Wir haben noch genug Eisen, fällt mir gerade ein. Da nehmen wir noch ein bisschen was mit. So 18 Eisen, können wir uns ja mitnehmen. Wir haben ja zwei Stacks. Oder komm, wir nehmen einfach die 28 Eisen mit. Wir haben ja genug. Die Diamanten nehmen wir nicht mit, weil ihr wisst ja, und ich nehme hier noch eine Eisenspitzhacke mit und zwei Steinspitzhacken. Zur, ähm, eigenen Sicherheit. Die zwei Weizen können wir eigentlich hier reintun. So, äh, ja. Das Fleisch kommt hier alles dabei. Dann in dieses Teil hier, in dieses Stück, kommt dann später irgendwelche wichtigen Ressourcen rein, dass wir gucken können, wie viele von denen und von dem da haben. Und, ähm, ja. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, äh, die Rüstung haben wir schon. Und das ist doch alles nun mal sehr gut für unsere Reise anzufangen jetzt hier. Äh, Redstone brauchen wir nicht. Eimer brauchen wir nicht. Oder Eimer können wir doch mitnehmen, wenn wir Lava finden oder so. Weil wir haben ja noch einen Lava-Eimer. Und ich würde sagen, wir verlassen unser Zuhause jetzt und gehen los. Nachdem wir geschlafen haben. Sorry, fail. Ich würde sagen, diesmal gehen wir in die Richtung, wo wir gespawnt sind. Da waren wir nämlich noch nie gewesen, liebe Freunde. Aus der Richtung, wo wir damals gespawnt waren, da war ja noch so eine riesige Höhle da gewesen. Alter, die möchte ich so gerne erkunden. Du kannst nur nachts schlafen. Okay. Du hast keine Befehle. Okay. Ich habe keine Rechte für Befehle. Sehr schön. Habe ich auch in meinem Leben nicht Rechte für Befehle. Na, nicht war's. So. Ähm, warum ladet das jetzt nicht? Jetzt nicht. Ja. Und, ähm, bei YouTube steht auch jetzt nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass da 27p, beziehungsweise 1080p, 40p steht. Das steht da nicht. Ähm, 40fps wird nicht angezeigt in YouTube. 40fps ist einfach, ähm, ähm, ein bisschen flüssiger wie 30fps, also Standard, ist einfach Standard übertaktet, was ich hier aufnehme. Das heißt, es ist einfach ganz normale YouTube-Qualität, was ich jetzt hier mache. Ein bisschen flüssiger vielleicht, aber sonst ist hier alles im grünen Bereich. Und, es leckt gerade irgendwie kurz. Da hinten sehen wir auch schon. Da sind wir gespawnt. Ich zeige jetzt mal kurz, wo wir gespawnt sind. An alle Zuschauer, die erst so bei Folge 50 jetzt eingeschaltet haben, oder die auch jetzt erst eingeschaltet haben. Ähm, natürlich erst mal herzlich willkommen. Und, ja, das ist mein Kanal. Herzschw- ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, herzlich willkommen. Ja, hier sehe ich Eisen schon gleich. Seht ihr, Leute? Hier waren wir noch nie gewesen. Noch nie, doch, einmal, wo wir gespawnt sind. Der Baumhüpfer. Folge 1. Hier, da kennt sie noch. Folge 0, die eine Testfolge. War auch lustig, die Windows 10 Edition damals. Oh, Mann. Die guten alten Zeiten kommen wieder hoch. Jetzt habe ich irgendwie wieder Bock, ähm, mir die Alpha runterzuladen. Kennt ihr das manchmal? Ihr habt einfach Bock, alte Videos zu gucken. Zum Beispiel, ich bin jetzt wieder dabei, ähm, von dem lieben Krönkle, das alte Minecraft-Desplay zu gucken. Der hat jetzt wieder ein neues Minecraft-Desplay angefangen. Live in the Woods haben wir ja auch gemacht. Aber das geht ja immer noch nicht. Das geht, ja, das geht immer noch nicht. Ich gucke jetzt einfach seine alte Playlist wieder an. Bin jetzt bei voll. Da ist das tiefe Loch. Da ist das tiefe Loch, liebe Freunde. Da ist es. Uh, das ist wirklich sehr tief. Und, äh, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz dahin, wo ich gespawnt bin. Ah, ich möchte nochmal kurz dahin. Nochmal ganz kurz möchte ich dahin. Nur einmal. Hier sind wir gespawnt. Hier. Hier auf dieser Wiese. Leute. Leute. Hier ist unser Spawn. Junge, wie geil. Wir waren hier noch nie im Leben gewesen, außer wo wir gespawnt sind. Sonst waren wir hier noch nie, nie, nie gewesen. Alles Neuland. Hier, alter. Ein schöner, klarer Fluss durch einen grünen Wald. Alter, wie geil. Aber ich würde sagen, liebe Freunde, wir erkunden die Megahöhle. Wenn es eine ist, weil man weiß ja nicht, ob es eine Megahöhle ist, wie damals, ähm, wo wir ja eine Höhle erkunden wollten. Und dann war da einfach ein Loch und da unten war fertig. Schluss, aus. Ende. Ja. Warten wir gerade. Ja, ich spiele immer noch. Ja, die Monster sind an. Hier ist eine kleine Höhle, die, wenn wir mal gerade gucken. Äh, ich habe natürlich wieder, ich habe keine Fackeln dabei. Alter, bin ich irgendwie durch oder so? Ich habe Fackeln nicht mitgenommen. Alter. Sashi, was ist los mit dir? Muss ich jetzt auch noch einen Baum deswegen fällen hier? Hau ab. Bisschen Holz schadet ja nie, wenn man ein bisschen Holz dabei hat. So. Wieder eine Werkbank. Ich glaube, wir haben schon tausend Werkbänke gebaut für in diese Welt hier. So, aber das können wir so craften. Die Werkbank behalte ich trotzdem für irgendwelche wichtigen Dinge. So, acht Fackeln. Die nehme ich mal mit. So. Wirklich wieder sehr toll. Wir wollten uns so gut vorbereiten und haben jetzt doch nur das Professorische mitgenommen. Naja, gut. Hier wird es jetzt sehr dunkel. Sorry, wenn die Grafik jetzt voll scheiße gerendert wird. Alter, das ist hell. Junge. Ist ja mal richtig hell. Ja. Oh, da ist ein Zombie-Lie. Ach, Zombie-Lie. Wir wissen doch, dass du es bist. Weil du es bist. Wie ist es jetzt? Ein Villager-Zombie. Hey, voll selten. Äh, bist du durch? Hallo? Schöne Pussy. Ach nee, Leute. Ne Pussy. Kennt ihr nicht noch die Pussy? Alter Pussy, komm her. Äh, wo ist die Pussy? Ich würde sagen, wir essen schnell was. Und dann in drei, zwei, eins. Rambo! Bam, in your face. So, gut. Hier nimmt man das Eisen mit. Und ich würde sagen, ähm, hier beende ich auch gleich die Aufnahme dann. Weil, tut mir wirklich sehr leid, wenn diese Folge etwas kurz ist. Aber, ihr wollt bestimmt eine kurze Folge haben jetzt. Also, ihr wollt bestimmt jetzt eine Folge haben heute Abend. Weil morgen ja wieder Besuch kommt. Morgen kommen ja Videos auf Chaos-LSP-Kanal. Chaos-LPs-Kanal. Und sorry, auch wenn in der letzten Folge der Link nicht da war. Der hat irgendwie nicht funktioniert. Da war irgendein, da kam immer so eine Meldung mit Kopiergeschützt oder so. Anscheinend ist sein Kanal Kopiergeschützt. Ich muss ihn mal fragen. Und, ja, das heißt, ich kann seinen Kanal leider nicht verlinken. Gibt einfach Chaos-LP ein. Das ist, der hat einen Kanal. Da ist so eine, Dings, so ein Assassin's Creed Logo ist da als Titelbild. Ich glaub, ja, das dürfte er sein dann. Also, es geben da ein paar Stück mit Assassin's Creed. Das ist, glaub ich, der Alter ihr, wo man das sieht. Und, ja. Gut, hier geht die Höhle etwas weiter. Ja, ich würd sagen... Oh, wir sind jetzt bei 8 Minuten. Okay, wir können doch noch kurz ein bisschen weiter machen. Ich dachte grad schon, wir sind... Vorhin waren wir... Ne, ich hab irgendwas falsch gesehen vorhin, liebe Freunde. Ich hab irgendetwas falsch gesehen. Hier geht's natürlich nicht weiter. Das ist wieder sehr toll. Na, komm. Und vielleicht nehm ich auch demnächst wieder in 50 FPS auf. Ich weiß es noch nicht, liebe Freunde, weil ich seh grad, das Bild läuft ein bisschen unflüssig. Sorry, wenn's jetzt heute legen hier. Wie ne... Wie ne Sau. Ja. Vielleicht nehm ich die nächste Folge mit 60 FPS auf. Vielleicht. Wenn es klappt. Es muss nochmal klappen. Und... Kohle, ich glaub, da haben wir genug davon. Oder... Na, ach gut, wir nehmen sie eben mit. Das... Können schon gut gegen Kämpfer... Äh, gegen Kämpfer creepen. Gegen Creeper kämpfen. Ähm, Sprachfehler confirmed. Mal zwei. Gieß mal. Und hoffentlich läuft das Bild flüssig, weil... Normal, es kann wieder nicht sein, dass OBS schon wieder nicht funktioniert. Also immer zu wechseln hier... Ne, das nervt so langsam. Deswegen OBS... Es muss einfach nur funktionieren jetzt. Weil... Ich hab's wieder hingekriegt. Nach einem Virus, hab ich ja erzählt. Und einem Spiel... Ich weiß nicht, was mit OBS zu tun hat. Wenn ein Spiel ein Virus verbreitet auf dem PC, dann leidet OBS darunter. Kein Plan, liebe Freunde. Und auch das mit dem Windows 10, wo es sich plötzlich installiert hat bei mir. Ja. Aber ich hab auch irgendwie vor, mit dem Next Windows 10 zu holen. Ich weiß noch nicht so. Weil auf Windows 10 ja... Wie cool ist hier denn? Weil auf Windows 10 angeblich wieder ältere Spiele laufen. Zum Beispiel für Windows XP. Die Windows XP-Spiele sollen auf Windows 10 wieder gut laufen, hab ich gehört. Von Verwandten und so. Bekannten, Kumpels und so. Hab ich gehört... Also Gruß an dieser Stelle. Ähm... Hab ich gehört, dass Windows 10 Spiele... Äh... Das Windows XP-Spiele auch wieder auf Windows 10 laufen. Sehr gut sogar. Mit einer Auflösung von 27p. Ja. Weil damals gab's nur HD. Wenn überhaupt. Da ist eine zweite Höhle. Ja gut, Freunde. Da unten sehen wir schon eine zweite kleine Höh... Höhle? Ähm... Die ist ein bisschen tief, würd ich sagen. Ne. Ne, ich dachte grad, da wär... Alter. Die ist richtig tief, Freunde. Hier geht's nicht weiter. Das heißt dann wohl nur noch dieser Höhlen-Schlund. Aber Leute, ich würd sagen, diesen Höhlen-Schlund hier erkunden wir in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und sorry, dass es jetzt ein bisschen kurz war. Aber naja, ihr wisst ja, zeitlich bin ich nicht so gut. Und ja, deswegen, wie immer, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und wie immer haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Euer Seychelbeer haut rein. Ciao, Leute.